Ich freue mich sehr, dass ich nun mit Claudia Kempfert sprechen kann. Sie ist Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo nach Berlin. Hallo, ich grüße Sie auch. Frau Kempfert, ist eine mögliche Jamaika-Koalition mehr Chance oder mehr Risiko für die Umwelt- und Klimapolitik in Deutschland? Na, eigentlich wäre es eine sehr große Chance, weil wir ja Innovationen brauchen. Wir brauchen einen Neustart der Energiewende. Wir haben viele Baustellen, die sich jetzt aufgetan haben. Einerseits sind die Emissionen noch immer sehr hoch. Hier muss ein Kohleausstieg folgen. Dann fehlt völlig die nachhaltige Verkehrswende. Nach diesem Skandal gibt es erhebliche Chancen, wirtschaftliche Chancen, auch für den Wirtschaftsstandort in Deutschland. Und grundsätzlich wäre es eine große Chance. Man hört allerdings ja heute Morgen schon Töne, die die Risiken sehr stark in den Vordergrund rücken. Aber ich würde mir wünschen, dass zumindest Grüne und FDP hier die Innovationen auch am Schopf packen und hier gemeinsam vorwärts gehen. Sie fordern ja ein Klimaschutzministerium für die kommende Regierung. Das würde erst einmal teuer werden. Aber was könnte ein solches Ministerium denn besser machen als bisher? Ja, es geht ja darum, dass man die Interessen bündeln muss. Und jetzt ist es ja so gewesen, dass die Energiewende ausgelagert wurde in das Wirtschaftsministerium mit erheblichen Problemen. Denn die Energiewende wurde eher ausgebremst. Das wurde nur über Kosten gesprochen, aber nicht wirklich um eine effektive Umsetzung eben einer solchen Energiewende. Und die Klimaschutzziele werden nicht erfüllt. Früher war die Energiewende ja angelagert im Umweltministerium. Und es ist auch noch verschachtelt, weil mittlerweile kann man es nicht mehr trennen, auch von der Verkehrswende und Gebäudewende. Und das Verkehrsministerium ist ja zuständig für die Verkehrswende. Und da ist leider gar nichts passiert. Also insofern wäre es schon sinnvoll, man würde es bündeln in einem Klimaschutzministerium, weil man ja eindeutig sieht, dass die Klimaziele in der Vergangenheit nicht erfüllt wurden und sie jetzt umgesetzt werden müssen. Und das geht eben nur, indem man es wirklich ernsthaft umsetzt. International wirbt die Bundeskanzlerin Angela Merkel für den Klimaschutz. Sie gilt als Klimakanzlerin. Inwieweit ist sie das denn tatsächlich? Ja, sie ist es mal gewesen, muss man deutlich sagen. Denn sie ist ja ganz gut gestartet. Damals auch mit dem Klimaprogramm, was sie angeschoben hatte. Die erneuerbaren Energien sind ja deutlich ausgebaut worden. Man ist vor 20 Jahren gestartet bei nahezu Null und ist jetzt bei über 30 Prozent an der Stromerzeugung. Gleichzeitig hat man es auch geschafft, die Atomenergie runterzufahren und die erneuerbaren Energien überkompensieren mittlerweile die Atomenergie. Also das ist ganz gut gestartet. Aber es ist eben so, dass jetzt die Emissionen steigen und nicht sinken. Das heißt, um sich als Klimakanzlerin feiern zu lassen, muss sie im eigenen Land deutlich mehr machen, als sie bisher gemacht hat. Ein Kohleausstieg muss dringend her, wenn man die Klimaziele bis 2020 überhaupt noch in nähere Sicht bekommen will, weil die Emissionen jetzt eben viel zu hoch sind. Und was auch angegangen werden muss, ist eine nachhaltige Verkehrswende und auch mehr Energieeffizienz im Gebäudesektor. Und das alles gehört jetzt mit auf die Agenda. Darüber wird man sicher streiten. Aber soweit ich weiß, sitzt Frau Merkel heute mit am Tisch. Und wenn sie Klimakanzlerin bleiben will, muss sie hier Lösungen bringen. Sie sitzt natürlich mit am Tisch und viele andere auch. Wie bewerten Sie denn die klimapolitische Haltung der FDP? Die wird sich vermutlich heute sehr viel mit den Grünen streiten. Ja, im Moment sieht es danach aus, dass vor allem die CDU sich streiten will, nämlich die nordrhein-westfälische CDU mit den Grünen. Was völlig unverständlich ist, weil Nordrhein-Westfalen ist nicht Deutschland. Nordrhein-Westfalen hat viel zu lange gebraucht, um die Energiewende umzusetzen. Dort erkennt man die Chancen der Energiewende überhaupt gar nicht, sondern setzt auf eine Energiepolitik des vergangenen Jahrhunderts, indem man nur Kohlekraftwerke stärkt und immer nicht sieht, dass es auch Arbeitsplätze bringt, wenn man Klimaschutz betreibt. Also das kann nicht, sagen jetzt, für die Bundespolitik ein wirksames Rezept sein. Und die FDP hat sich ja hier erst mal zurückgehalten. Bisher, man wird jetzt sehen, was sie tatsächlich in die Verhandlungen einbringt. Ehrlich gesagt, von dem, was man so hört, scheint es ja eher so zu sein, dass man hier viel Markt irgendwo drüber schreibt, aber eigentlich Planwirtschaft will, Subventionen für Kohlekraftwerke und auch entsprechende Netzentgelte, die noch weiter steigen. All das ist ja jetzt in dem Papier genannt worden. All das ist nicht Markt, sondern Planwirtschaft. Und da würde ich mir wünschen, dass die Grünen entsprechend auch die Kräfte in der FDP und auch in der CDU, die gibt es ja auch, suchen, die tatsächlich für Innovationen, Energiewende und Verkehrswende stehen. Also man muss sich in diesen Gesprächen ja irgendwie aufeinander zubewegen. Ein denkbares Szenario wäre ja zum Beispiel, dass die FDP den Grünen beim Kohleausstieg entgegenkommt, wenn die dafür das Ende des Verbrennungsmotors nicht auf das Jahr 2030 festlegen. Wäre das in Ihren Augen ein guter Kompromiss? Also man wird Kompromisse finden müssen, das ist ganz sicher so. Aber wenn alle sich heute dazu entschließen, die Klimaziele von Paris umzusetzen, geht gar kein Weg daran vorbei, in 20 Jahren die letzten Kohlekraftwerke vom Netz nehmen zu müssen. Und es geht auch kein Weg daran vorbei, dass die Verbrennungsmotoren ersetzt werden müssen, auch in diesem Zeitraum. Also wenn das tatsächlich heute beschlossen wird, hat das das zur Konsequenz. Wie man das dann letztendlich umsetzt? Unser Vorschlag ist ja eher, das über Grenzwerte zu machen, auch eine vernünftige Bepreisung, CO2-Bepreisung, Reform der Energiesteuern. Da habe ich schon gestern gehört, das ist durchaus angedacht, das mit umzusetzen. Aber man muss vielleicht nicht vom Ende her immer denken und auch nicht über Verbote reden, sondern über Innovationen, Marktchancen und sich die Klimaziele von Paris wirklich vornehmen. Denn dann muss es in den nächsten Jahren tatsächlich diese Schritte in diese Richtung geben. Was denken Sie denn, worauf muss sich die Autoindustrie mit dem möglichen schwarz-gelb-grünen Bündnis einstellen? Also die Autoindustrie muss sich vor allen Dingen darauf einstellen, was auf den internationalen Märkten passiert. Und dort ist es im Moment so, dass die Elektromobilität vorherrscht. Viele Länder in der Welt verabschieden sich vom Verbrennungsmotor. Wenn Deutschland hier nicht zurückfallen will und auch die wirtschaftlichen Chancen nicht verfallen lassen will und hier Arbeitsplätze aufs Spiel setzen will, dann muss es tatsächlich jetzt agieren und einen Rahmen geben, beispielsweise über eine Quote für Elektroautos, beispielsweise über Grenzwerte, die dann auch eingehalten werden, sowohl CO2-Grenzwerte als auch Feinstaub-Grenzwerte, das auch tatsächlich zu definieren. Dann muss die Autoindustrie agieren und man muss sich auch verpflichten, das entsprechend umzusetzen und nicht weiter zu schummeln. Also das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe. Zusammengenommen mit den Pariser Klimabeschlüssen kommt dann eben heraus, wir brauchen mehr Elektromobilität, eine nachhaltige Verkehrsstrategie, die auch auf Vermeidung setzt, auf Verkehrsvermeidung, die alternative Kraftstoffe fördert, zum Beispiel auch synthetische Kraftstoffe für Schiffs- und Flugverkehr. Und all das muss man heute anschieben, auch über Innovation, auch über Gelder in Forschung und Entwicklung. Zum Beispiel, indem man umweltschädliche Subventionen abschafft, hätte man hier genügend Geld, um das auch tatsächlich anzuschieben. Vielen Dank für diese Einschätzung. Claudia kämpfert nach Berlin. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Danke Ihnen.